Die Troopers liefern sich eine riskante Verfolgungsjagd unter der Mitternachtssonne. Auf dem Wasser kontrollieren die Wildlife Troopers ein gefährliches Fischereirevier. In Anchorage sucht die Polizei zwei Diebe. Er ist da drin, er gibt nicht auf. Polizei von Anchorage, wir haben einen Hund. Sprechen Sie mit uns oder Sie werden gebissen. Man kann nicht immer nett sein. Die Hände auf den Rücken. Er hat eine Waffe in der Hand. Er hat eine Waffe. Lassen Sie die Waffe fallen.